Moritz braucht neue berufliche Ziele. Jonas bekommt brisante News über Johanna. Moritz muss sich beruflich neu orientieren, doch mit seinem Lebenslauf kommt er nicht weit. Er versucht Emily zu überreden, ihn für eine kleine Flederbeck-Kampagne zu buchen. Wie wird Emily sich entscheiden? Während Johanna vor Luis verbirgt, wie verknallt sie in ihn ist, geht Jonas davon aus, dass Luis und Johanna sich ausgesprochen haben. Doch als Jonas ein Telefonat mithört, erfährt er etwas Brisantes über Johanna. Moritz, Lennart Borchert, verheimlich vor Emily, Anne Menden, seine tatsächliche Verfassung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020